So, die Kreuzung wurde ja gesichert. Haben wir einen Tiger gekaupert? Wäre super. Dann mal sichern sie das Rathaus, Post, Flakbesatzung, Kirchengelände, deutsches Hauptquartier. Boah, komm ab, hast du die zu mir geschmissen oder was? Okay, ich komme zurück. Dann mal eine andere Waffe. Na, habe ich den nicht mehr erwischt? Da ist doch bestimmt eine Panzerfaust hier, oder? Naja. Ist der Panzer zerstört? Wo ist denn diese Tigerpanzer? Schaut so aus, als ob die den Tigerpanzer zerstört haben. Hast du alle? So, da haben wir auch alle. Oh, da ist einer. Hast du dich versteckt? Okay. Das war jetzt auf jeden Fall noch keins von unserer Mission hier. Warte mal, direkt vor uns. Reden die von dem hier. Boah, schick dich. So, naja. Ich glaube, irgendwann am Schluss wird es dann irgendwo eine Panzerfaust geben für den Tigerpanzer. So, gehen wir mal aus dem Weg. Hä? Was ist mit dem jetzt passiert? Wieso ist jetzt der eine gestorben? Wieso lebt jetzt der noch? Boah, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, das sind welche von uns. Das ist eigentlich egal, was wir hier für eine Waffe nehmen. Jetzt wollen wir trotzdem mal die MP40 nehmen. Sind wir besser dabei. So. Wir müssen die Post einnehmen. Aber ich denke, eigentlich... Oh. Eigentlich, glaube ich, ist es doch egal, wo wir zuerst hingehen. Ja, lass mich doch... Ja, lass mich doch... Noch mehr. Das sieht man ja gar nicht hier hinten. Boah, MG. Das war doch mal, wie komme ich jetzt da hin? Shit, Renn, 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 Renn. Das war der eine. Okay. Die haben wir alle. Ach, da drüben ist die Post. Aber ich glaube, oben war noch einer. Ach. Danke. Ja, ich bin noch... Ach so, ist erfüllt, ja. Ich denke mir schon weiter zur Post. Das sind wir noch gerade. So. Flaggbesatzung. Ach, da vorne ist der Tiger. Mal schauen, ob man den erwischt müsste man eigentlich. Von wo kommt der jetzt? So habe ich doch eigentlich gerade erobert. Ja, das muss man ganz schön aufpassen, dass man hier die eigenen hier nicht zerlegt. Boah, das ist ein Deutscher, ne? Nice, Headshot. Natürlich komme. Ach so, Flaggbesatzung ist hier hinten, ne? Na, ich werde auf jeden Fall erstmal die Flaggbesatzung nehmen. So heißt die nämlich. Wenn wir schon hier sind, können wir es auch gleich mitnehmen. Ähm. Ach, da ist noch einer. So. Das war's eigentlich. Jetzt mal schnell gucken. Ja. Das war der letzte. Okay. Ich bin doch dabei. Wolltet ihr für Stecken spielen? Schauen wir mal. Ja, da ist offen. Ja. Sag mal, wo schießt denn du hin? Okay, Kirche haben wir auch. So, und jetzt haben wir nur noch das deutsche Hauptquartier. Aber wo ist dieser Tigerpanzer? Boah, alles deutsche Shit. Nein. Naja, das war mir klar. Die waren jetzt alle hier rechts von mir. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das war nur noch dieser eine. Das ist natürlich einfach, wenn die alle in einer Reihe hier laufen. Komm, lass die gar nicht durchlaufen. Achso, da sind auch welche. Ja. Ich bin dabei. So, und warte mal einen Weg finden, um die zu flankieren. Boah, was soll ich da hingehen? Ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwo hier reinkomme. Ja, komme ich. Ja. Tu doch mal ein bisschen langsam, Mensch. Im echten Leben kann man auch nicht so hetzen. Ja. Ich hänge fest. Boah, jede Menge. Nein. Ach, komm. Das ist ja gemein. Ich habe gedacht, meine Jungs sind auch vorne. Warte mal, den Scheiß schon wieder. Kommen alle drauf. Lass die nicht weiterlaufen. Aber man erwischt noch. Na, da glaube ich hat noch einer gelebt, oder? Naja. das wird ja in manchen sachen wir erinnern können natürlich auch ein bisschen besser und dein kopf hoch soll zweimal jetzt nämlich trotzdem meine andere waffe ach so meine leute werden hier zerlegt deswegen darum ich denke mir schon da war doch eigentlich noch jemand da und granate rein ja die sind überall schau ich mal das an ja schnell weg ich gehe lieber hinten rein und er macht natürlich überhaupt damit der steht nur blöd in dem raum ja den habe ich natürlich ach komm ob ich bitte den speicher punkt und 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 nein habe ich nicht so zweimal da müsste einer sein ja es müssten natürlich auch viel mehr hier mitkommen sonst sind jetzt da oben kann ich natürlich kann nein vergiss es kommen halte ich halte ich halte ich halte ich sau viele ne jetzt schaut mal an von meinen leuten glaube ich geht hier nur ein einziger mit also hier unten ist auf jeden fall erstmals safe da ist er welchen bin ich jetzt gestorben ja okay wir haben es das war ja ein scheiß ding hier dieses hauptquartier weil das einfach zu viele waren ja wir haben es aber trotzdem geschafft so das war's für heute bis zum nächsten mal macht es gut tschüss bis zum nächsten mal Wir sehen uns beim nächsten Mal.